Das Eco-Cockpit ist eine webbasierte kostenfreie Software zur Erstellung Ihrer individuellen Treibhausgasbilanz. Das zunehmende ökologische Bewusstsein Ihrer Kunden und die damit gesteigerte Nachfrage nach den Umweltwirkungen Ihrer Produkte und Dienstleistungen führen zu neuen Transparenzanforderungen. Daher wird die Bedeutung von CO2-Bilanzen zunehmend wichtiger. Mit dem Eco-Cockpit erhalten Sie hochwertige Informationen auf Basis wissenschaftlich anerkannter Daten zu den Treibhausgasemissionen in Ihrem Unternehmen, die Ihre Kundenanforderungen erfüllen. Dabei ist die Sammlung und die Auswertung der Daten sehr einfach. Nach einer unkomplizierten Anmeldung können Sie direkt mit Ihrer CO2-Bilanz beginnen. Die Erfassung Ihrer Verbrauchsdaten und Ihrer Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist mit Hilfe des Eco-Cockpits so einfach wie das Füllen eines Einkaufswagens. Die intuitive Oberfläche ermöglicht Ihnen eine schnelle Eingabe aller Daten in den verschiedenen Anwendungsbereichen. Sie erkennen auf einen Blick im Bericht Ihre CO2-Treiber und die Bereiche, in denen es gilt, aktiv zu werden. So erhalten Sie in wenigen einfachen Schritten Ihre individuelle, normkonforme und bedarfsgerechte CO2-Bilanz. Nutzen Sie kostenfrei das Eco-Cockpit und beginnen Sie noch heute mit Ihrer individuellen CO2-Bilanz. Eco-Cockpit ist ein Angebot der Effizienzagentur NRW.